Applaus Michael Skank, dieser historienischen Meister aktuell zum ersten Mal in Südienung gewonnen zum nächsten Mal Deutscher Pokalmeister. Die erste Minute ist gekämpft, noch keine Wertung, aber Giulia hier, der Mandel. Und jetzt sind wir zwar noch die Mandel, aber so können wir auch gehen. Beide geht's in der Standposition. Wiederum der sehr nahe Versuch bis zum Innen in den Reihen der Bickele. Und zu Beginn haben wir noch eine Passivität zu schaffen, das heißt, er muss aktiver den Gang gestalten. Und dann haben wir in Führung für Michael Skank. Und eine klasse Formulation hier, das ist so wie ein Rutschigari nachgegangen. Und jetzt eine noch dreckige Führung mit Führung an zum Heiligen. Das Spiel der Löffel ist eine internationale Erfahrung aus. Und entscheide diesen Rundgampf für sich. Mit dem zweiten Punkt gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.